Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? In heutigem Video schauen wir uns die B1 Sprachbausteine in der B1 Prüfung an. Die Sprachbausteine gehören in der B1 Prüfung zum Teil Lesen. Wenn euch das interessiert und wenn ihr euch auf Prüfungsvorbereitung, bleibt bitte daran und los geht's. Sprachbausteine Teil 1 Lesen Sie den Text und schließen Sie die Lücken 21 bis 30, welcher Lösung A, B oder C ist jeweilig richtig. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21 bis 30 auf dem Antwortbogen. Hier ist ein Brief hier, Lesen und Lösen zusammen. Liebe Karin, Nach meinem Praktikum in Frankreich bin ich jetzt wieder zu Hause. Wie du ja weißt, wollte ich eigentlich nach Paris. Das hat dann leider nicht geklappt. Nummer 21 Aber, denn, oder sonder, die richtige Antwort ist aber. Wie du ja weißt, wollte ich eigentlich nach Paris, aber das hat dann leider nicht geklappt. Doch dann habe ich eine Stelle als Praktikant bei Firma in Straßburg gefunden. Die richtige Antwort ist einer. 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 Und dort bin ich drei Monate geblieben. Die Arbeit war sehr. Nummer 24 Anstrengend oder anstrengende oder anstrengend. Die richtige Antwort ist anstrengend. Ich musste schon um 8 Uhr im Büro sein, hat mir aber sehr gut gefallen. Nummer 25 Trotzdem oder wegen oder weshalb? Die richtige Antwort ist trotzdem. Die Arbeit war sehr anstrengend. Ich musste schon um 8 Uhr im Büro sein, hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen. Wir lesen weiter. Ich habe dieser Zeit in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Nummer 26 Bis oder in oder nach? Die richtige Antwort ist in. Ich habe in dieser Zeit in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Und so nicht nur etwas über die Herstellung von Fernsehgeräten, sondern auch über den Verkauf. Nummer 27 Gelernt oder Lernen oder Lernte Die richtige Antwort ist Gelernt. So nicht nur etwas über die Herstellung von Fernsehgeräten gelernt, sondern auch über den Verkauf. Und die Kollegen, mit ich am meisten zu tun hatte, waren wirklich sehr nett. Nummer 28 Nummer 28 Dem oder denen oder die Die richtige Antwort ist denen Und die Kollegen, mit denen ich am meisten zu tun hatte, waren wirklich sehr nett. Wir machen weiter. Nach dem Praktikum habe ich noch zwei Wochen Urlaub bei Freunden gemacht. Nummer 29 Meine oder meinen oder meiner Die richtige Antwort Meinen Nach dem Praktikum habe ich noch zwei Wochen Urlaub bei meinen Freunden gemacht. Darüber erzähle ich bald mehr. Nummer 30 Darüber erzähle ich dir oder ihnen oder uns Die richtige Antwort ist dir. Darüber erzähle ich dir bald mehr. Für heute muss ich Schluss machen. Liebe Grüße Fritz So meine Freunde und Freundinnen Wir sind am Ende des Videos Ich bedanke mich ganz herzlich für's Zuschauen für eure schönen Kommentare Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Prüfung Wir sehen uns natürlich bald mit einem neuen Video wieder Beste Grüße von mir Bleiben Sie gesund und Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal